Hi beim Potterlander, wir sind unterwegs. Heute, der Tippel Buddy und ich, wo ist er? Da ist er. Auf seine Hausrunde und zwar sind wir hier. Mal den wo? Auf dem Barenberg. Der Barenberg. So und das ist, wie wir alle wissen, in Hattingen, Niederbonsfeld. So eine ganz, ganz wunderbare, tolle Runde mit vielen verschlungenen kleinen Wegen, die absolut zum Spazierengehen und Schlendern kreuz und quer hier über den Barenberg einladen und genau das machen wir jetzt. Seid dabei, auf geht's. Wahnsinn. Ja, da kommen wir mal. Wundervolles Panorama, wirklich einmalig. Ja, das ist ein wunderbarer Waldblick, den wir hier genießen dürfen. Ganz da hinten sehe ich auch noch die Bochumer Sternwarte, da waren wir auch beim letzten Mal. Könnt ihr mal reinschauen. Im wunderbaren Waldmar, so heißt das Video, Bergwertung in Bochum und hier ist Bergwertung natürlich wieder auf dem Barenberg. Ja, dafür wird's heute definitiv wohl nicht rechnen. Abwarten. Abwarten. Aber hier zum Verweilen, oder einfach nur hier in die Ferne blicken, ganz wunderbare Panoramabank. Guck mal, ich hört an. Komm. Meist. Ich hörs euch. Ich hör ab. Ich hör auf den Tee. Ich hör an. Taien. Ja, das ist schon mal. Ich hör auf den Tee. Und ich weiß nicht. Peut, wenn du so bist, ist es nicht orgerst. Teil 2. Ja. Schein. Teil 2. Und ich weiß nicht. Ach herrlich, wir sind mittlerweile an der Ruhe, ein bisschen Wasser gehört ja auch dazu, ja der Leinenpfad kennt ja jeder, einfach ein Traum. Ah, das tat jetzt richtig gut, wir haben uns noch mal ordentlich gut gehen lassen bei einer kleinen Pause in der Campingplatz Gastronomie und jetzt stehen wir hier unterhalb der Ruine Isenburg, die wir auch schon regelmäßig besichtigt haben. Wie gesagt, Hausrunde vom Tiffelbuddy, wir machen noch ein paar Höhenmeter und das alkoholfreie Weizen, das hat wieder alle Akkus aufgefüllt, das tat super gut. Aber hier Monsieur, der hat ordentlich schön Volumen drin, wo ist er denn? Da, er muss jetzt erstmal das gute Weizenbeer wieder abtrainieren. So, wir wollten Höhenmeter, wir kriegen Höhenmeter. Ich muss erst hier anfangen. So, das war es, das habt ihr davon. Ich weiß gar nicht, warum euch das immer so Bock macht, mich hier so leiden zu sehen. Ich finde das echt nicht in Ordnung. Aber ich quäle mich hier gerne auch nochmal hoch, wenn ihr das sehen wollt. Aber jetzt, warte mal einmal kurz. Martin, kannst du noch? Was macht er? Was macht er denn Weizen? Weg, lass uns nochmal runter, wir holen uns noch eins. Komm, wir gehen zurück. Woah, hallo einان super Code. Schau mal Hund wieder das Vollzahl. Oh und ja, das war ein bisschen mehr. zur Hérence in der Kranke vo Felste. Okay, also Gracias Kontragerflüge. Ist deindestot nie du wirklich? Vielen Dank.